Wir können zum ersten schon einziehen. Perfekt! Willst du nie noch warten? Nicht heulen. 32 Wochen Chemotherapie stationär. In acht Wochen machen wir eine erste Untersuchung, um zu sehen, ob die Therapie anschlägt. Bastian wird Ihnen in Zukunft die Infusionen geben und die Zugänge erneuern. Kann er das? Keine Sorge. Die habe ich mir alle selber gestochen. In ungefähr drei Wochen werden dir die Haare ausgehen. Und unten? Auch. Na toll. Eine Babymuschel trägt man das jetzt nicht so? Spaz halt. Ready? Ready. Du bist sicher, dass du das Teil nur für deinen Bart benutzt? Ja. Ich schaff das. Meine liebe treue Mama, man fürchtet sie auf der ganzen Station. Was machen Sie denn da? Wo ist Bastian? Der soll das machen. Mein Vater weiß alles über meine Krankheit. Er recherchiert und will alles wissen. Oh, dass Sie da sind, Friedrich. Er kennt meinen grässlichen Arzt besser als ich. Eine Möglichkeit zum... ...auf die Freiheit. So schaffst du's nicht. Versuch einfach weiterzuleben. Es hat mir total Spaß gemacht, dieses Spiel mit den Perücken und davon zu erzählen. Wenn du so viel machen siehst, sag dir, alles wird gut. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017